Gehe dazu einfach unter meinen Videos auf mehr ansehen und du findest zum Beispiel einen Link zu den Quellen, die ich für meine Videos verwende. Mit einem Klick auf Open Link in New Tab wirst du dann auf Box weitergeleitet werden, wo ich dir ein Textdokument zur Verfügung stelle, welches alle Links beinhaltet, die ich für das entsprechende Video verwendet habe. Unter diesen Links kannst du natürlich auch deine eigenen Recherchen rund um das Thema Kryptowährungen beginnen.